Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tchana und heute bin ich hier für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar bin ich heute auf dem PTR zu Patch 8.3 und wir wollen heute ein kleines Kisten-Opening basteln. Was wollen wir aufmachen? Und zwar haben wir hier Kisten, die schimpfen sich bergungsgut aus dem Foul-Morast und die können wir quasi mit 8.3 bei einem Händler kaufen gegen Seefahrer-Dublonen. Was kann in diesen Kisten drin sein? Und zwar können in diesen Kisten alle Items drin sein, die auch quasi man von den Inseln erbeuten kann und dementsprechend können da auch die Mounts drin sein. Es ist aber quasi jetzt hier so, dass es jede Woche verschiedene Kisten gibt, die im Angebot sind und diese Kisten bestimmte Items enthalten. Und zwar zum Beispiel hier diese Kiste, die ich jetzt aufmachen möchte, enthält den Loot von Saurocks, Jinju und von besonders erbärmlichen Piraten, wie es hier dran steht. Also quasi diese drei Inselgruppen. Und dann gibt es halt jetzt hier haben wir zum Beispiel welche, wo Furboys, Druiden und Hüter, das Heinz sind es wahrscheinlich quasi enthält und dementsprechend, ja, gibt es für jede Art von Inselmobs auch eigene Kisten. Und wir wissen ja, für die Leute, die schon vielleicht ein bisschen mehr bewandert sind mit Inselmounds, Farmen und dem Loot dort, dass die ganzen Items an bestimmten Mobgruppen hängen und dementsprechend können wir jetzt mit diesen Kisten auch genau steuern, welche Items wir denn haben wollen. Ich habe jetzt ein paar Wochen warten müssen, bis jetzt mal die Saurokisten waren. Da, Shoutout an Riyak, der hat mir Bescheid gesagt, dass jetzt die Saurokiste endlich mal am Start ist und dass wir jetzt hier das kleine Opening machen können. Um das Thema hier noch ein bisschen ausführlicher zu behandeln, habe ich schon vor einem Monat oder so ein eigenes Video gemacht, werde ich euch verlinken. Hier in dem Video soll es jetzt hauptsächlich um das Opening an sich gehen. Warum will ich jetzt die Saurokisten aufmachen? Und zwar habe ich hier meinen Schar rüberkopiert und der hat die ganzen oder müsste die ganzen Mounts haben, die ich auf dem Live-Server auch habe, zumindest fast alle. Und ja, wenn ich jetzt Kisten aufmache, die Mounts beinhalten, die ich quasi schon habe, kommen die Mounts nicht raus. Wenn man sie einmal gelernt hat, kann man sie nicht mehr gedroppt bekommen. Deswegen habe ich jetzt auf die Saurokiste warten müssen, denn das ist tatsächlich das letzte Insel-Mount, das mir noch fehlt. Insel-Expedition, hier seht ihr es, da haben wir alle Insel-Mounts und hier die Gisch-Quelle ist die letzte und die kann quasi von Saurokisten droppen. Genau, und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir rein, ich habe alle meine Marken investiert hier und zwar hatte ich 20.600 ein paar zerquetschte und habe mir dementsprechend 118 von den Kisten hier geholt. Ich würde sagen, wir steigen da mal ein und öffnen mal nach und nach die Kisten. Ich vermute, dass ich mehrere Mounts rausziehen werde. Wir werden mal gucken. Erste Kiste. Okay, wir haben Transmog gekriegt und leider kein Mount. Zweite Kiste. Auch kein Mount. Noch mehr Transmog. Dritte Kiste. Oh, kein Mount. Hm, okay, vielleicht haben sie die Drop-Chance angepasst. Oh, boah, ja. Also ich hätte vermutet, wenn ich jetzt hier so ein paar Kisten aufmache, dass ich dann schon einen Mount habe. Okay, ah, warte mal, jetzt müssen wir Zeug weghauen, weil sonst landen wir hier, haben wir zu viel im Inventar. Also wie gesagt, das ist ja alles auf dem PTR, deswegen schmeiße ich das Zeug jetzt weg. Ist relativ egal an der Stelle. Wir können die Pets auch zum Beispiel einfach lernen, dann sind sie zumindest aufgehoben. Alles, was man aufmacht, was quasi über den Taschenplatz rausgeht, landet dann immer hier im Inventar, deswegen müssen wir da ein bisschen gucken. Ich habe vielleicht ein bisschen viele Kisten gekauft, gebe ich mal zu. Ach so, das habe ich schon zuhauf auf meinem Account. Okay, immer noch nichts. Interessant. Die haben, glaube ich, die Drop-Chance ein bisschen verschlechtert, so wie mir das scheint. Und zwar habe ich am Anfang, als das auf dem PTR draufkam, einige Kisten auch schon aufgemacht für ein anderes Mount und hatte da X Mounts rausbekommen. Ich habe 10, 20 Kisten aufgemacht und hatte drei Mounts. Okay, das ist natürlich jetzt ungünstig, wenn sie die Drop-Chance vielleicht verschlechtert haben. Aber wir können ja jetzt noch nicht viel sagen. Wir haben jetzt noch nicht so viele Kisten aufgemacht. Okay. Hm, so langsam, ah nicht böse. Hier waren übrigens auch ein Ruf-Token drin. Also falls ihr die braucht, die Dings auf jeden Fall aufheben. Die Seephörer-Doublon bis zum Patch. Oh, weia. Also jetzt haben wir dann doch schon ein paar Kisten aufgemacht, oder? Was haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 Kisten haben wir schon ausgemacht und wir haben tatsächlich noch keinen Mount gekriegt. Hm, hm. Wenn das blöd läuft, dann haben die die Drop-Chance tatsächlich ein bisschen weiter runtergemacht. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar mehr auf. Oder da ist schlichtweg einfach nicht das Quallen-Mount drin. Das ist doch nicht bei Saurocks Drop. Das kann natürlich auch sein. Weil, ähm, wie gesagt, das Untoten-Mount, ne, das hatte ich ja, äh, also das droppt ja zu 100% bei den Untoten quasi. Also das war ja außer Frage gestellt. Und dementsprechend habe ich da das Mount relativ schnell gehabt. Aber es könnte natürlich jetzt sein, dass hier die Quale einfach auch nicht drin ist und dass sie deswegen nicht droppt. Das gibt es doch nicht. Also jetzt habe ich schon echt viele Kisten aufgemacht, ne. Also in der Anzahl müsste sie eigentlich drin sein. Mir fällt gerade ein, ich könnte eigentlich auch aufmounten, ne. Und einfach das Zeug verkaufen. Äh, das würde wahrscheinlich sogar fast schneller gehen. Ziehen wir mal das Mount hier raus, bevor ich immer alles lösche. Ähm, hauen wir es einfach alles zum Händler. Ganzen Transmog-Items. Dann haben wir, denke ich mal, ein bisschen schneller wieder ein bisschen Platz und können mehr aufmahnen. Also das sind jetzt schon, ähm, knappe 20 oder sogar ein bisschen über 20 Kisten, die ich aufgemacht habe. Ich habe noch keinen Mount. Das stimmt mich jetzt irgendwie nicht gerade positiv. So, jetzt spammen wir einfach die Kisten hier. Okay, so, jetzt müssen wir wieder verkaufen. Also, so langsam glaube ich, dass die Saurocks das gar nicht droppen. Weil jetzt habe ich halt schon über 30 Kisten aufgemacht und es war noch kein Mount drin, ne. Oder sie haben die Drop-Chance extremst runtergefahren. Und wirklich, wirklich extremst. Ich hatte euch ja bei meinem ursprünglichen Video auch ein anderes verlinkt nochmal. Beziehungsweise einen Ausschnitt gezeigt, wo eine, ähm, auch Kisten aufgemacht hat. Und der hatten halt noch sehr viele Mounts gefehlt, ne. Die hat, weiß ich nicht, 20, 30 Kisten ausgemacht. Und ich glaube 5, 6 Mounts im Momentar. Okay, es ist halt immer noch kein Qualen-Mount dabei, ne. Krass. Okay, vielleicht muss ich, muss ich dann doch auf die Nager-Kiste warten. Okay, das sind jetzt ein bisschen viele Items. Die muss ich jetzt gerade hier alle wegklicken. Sonst können wir nichts verkaufen. So, alles, weg damit, weg damit, weg damit. Nein, die Kiste möchte ich nicht verkaufen. Die brauchen wir tatsächlich noch. Ähm, ich, mittlerweile hoffe ich gerade, dass die Kiste, also dass die Saurocks einfach nicht das Qualen-Mount triggern. Sonst könnte es feier echt knapp werden, dann auch auf dem Live-Server, dass ich, ähm, ja, mit meinen 20.000 Münzen, gut, ich hab noch ein paar auf Twinks, ne. Dass ich tatsächlich das rauskriege, weil ich bin jetzt mittlerweile auf der Schiene gefahren, dass ich keine Insel mehr gespammt hab. Einfach da raus, äh, weil ich mir dachte, ich kriege ja die Mounts dann eh, oder das letzte Mount dann eh, sobald der Patch kommt. Weil dann das Zeug ja easy über die Kisten zu farmen ist, ne. Aber so wie es jetzt hier gerade aussieht, sieht das eher schlecht aus. Es sind nur Waffen und Pets kriege ich raus, keine Mounts. Okay, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen was verkaufen, also versuchen wir den mal anzuklicken hier, ohne das ganze Zeug. Also, Transmog habe ich wirklich viel, aber das sind alles anscheinend schon Transmog-Sachen, die ich habe. Ah, ne, okay, das sind ja, die kann man ja noch verkaufen, ne. Ich hab ja mein Transmog-Item oder mein Transmog-Add-on hier auf dem PTR nicht aktiv. Normalerweise, wenn quasi ein Transmog aufploppt bei mir, dann sehe ich das immer dadurch, dass mein Add-on mir das anzeigt. Da habe ich so kleine Symbolchen drauf, aber ich merke gerade, ja. Ich habe ja quasi mir jetzt nur das Taschen-Add-on hier einmal vom PTR draufgeladen. Okay, jetzt dürfte ich die restlichen da aufmachen können, das müsste jetzt ausreichen. Jetzt drücken wir das einfach mal durch und schauen mal. Okay. Also, das lässt jetzt nur zwei Schlüsse zu. Schluss eins ist, sie haben die Drop-Chance richtig, richtig verschlechtert. Also, nicht nur so ein bisschen, sondern richtig, das waren jetzt 118 Kisten, das sind über 20.000 Seefahrer-Dublonen. Wenn da nichts drin ist, dann weiß ich auch nicht. Oder, die Sauerkiste triggert tatsächlich nicht das Qualen-Mount. Dann ist halt die Frage, welche Kiste es sonst triggert, ne. Dann müsste es fast die Naga-Kiste sein. Ich habe jetzt hier nochmal, ähm, was haben wir denn hier? Borgengüter aller Inseln, sie enthält die Güter der, ah. Okay. Also, da haben wir eine Kiste, die alle, von allen Inseln was beinhaltet und vor allem Elemente. Vielleicht mache ich dann nachher auch nochmal, kopiere ich mir noch einen Char und versuche die mal aufzumachen. Vielleicht kriege ich da das Qualen-Mount raus. Aber Naga sind im Moment nicht ab. Da müsste ich mal warten, äh, bis vielleicht Naga mal wieder am Start sind und da dann nochmal gucken. Ja, das war das kleine Opening. Hm, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr auch schon, äh, Kisten auf dem PTR aufgemacht habt, was eure Erfahrungen sind. Meine ist jetzt hier gerade relativ schlecht, muss ich sagen. Und es stimmt mich jetzt nicht gerade positiv, um ehrlich zu sein. Hm, ich hoffe, ich hoffe, dass es dann bei den Naga-Kisten drin ist. Gut, das war's soweit. Euer Telaha. Bis zum nächsten Mal. Ciao.